Esma Agoli war eine albanische Schauspielerin. Esma Agoli debütierte 1948 als Theaterschauspielerin am Nationaltheater Tirana. Im Verlauf ihrer Karriere verkörperte Agoli über 60 Rollen auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen. Agoli spielte die klassischen Rollen des Theaterrepertoires, unter anderem die Olga in Drei Schwestern, die Lena in Leons und Lena und 1960, mit Michal Popi als Partner, die Titelrolle in Mirandolina in der albanischen Erstaufführung des Stücks in der Regie von Silman Wackeret. 1980 zog sie sich offiziell von der Bühne zurück und ging in Pension, kehrte jedoch weiterhin sporadisch auf die Theaterbühne zurück. So spielte sie unter anderem 2005 am Nationaltheater Tirana in dem Theaterstück Stree H.E.T.E. Heruave von Rusty Polais. Ihr Kino-Debüt gab sie 1957 als Braut in dem Kurzfilm Femi J.T. Sarge von Hüsen-Hakani. Insgesamt drehte sie noch weitere fünf Filme, widmete sich jedoch schwerpunktmäßig der Theaterarbeit. Für ihre künstlerischen Leistungen wurde Agoli mit Titel Verdiente Künstlerin ausgezeichnet. Agoli starb nach Angaben ihrer Familie am Morgen des 5. Juni 2010 in ihrem Haus in Tirana an einem Herzstillstand. Sie wurde am 7. Juni 2010 entsprechend ihrem Wunsch in einer privaten Begräbnisfeier im Familienkreis beigesetzt. Filmografie, 1957 Femi J.T. Satsch, 1958 Tana, 1979 Nesterpine Thone, 1979 Perte Murewete E. Guetta, 1979 Müsafiri, 1990 Flete Debata Tana, 2018 J.T. Satsch, 1956 Tana, 1992 acion